Hallo und Herzen, Willkommen zum zweiten Cap des letzten Cups Jungen, laden wir euch rein! Der Cap wird alt, deswegen hören wir auf Zum zweiten Match des letzten Cups Zum zweiten Cup des letzten Matchs Ihr sagt nicht wieder letzter Cups und es kommen wieder die Fragen Hä, warum letzter Cup? Boah, des Blitz, ihr Wichser! Man, das können die sich ja nicht denken, deine 13-jährige Zielgruppe Ach, deine Mutter Jetzt hab ich's gesagt Du dummes Scheiße, Mann Jetzt hab ich's gesagt Jetzt ist raus Sag mal, kann einer da hin und einer da hin zu mir irgendwie Was ist denn hier los? Ich geh hier hin Ja, ich hab Hyping Du bist fett, das ist alles Alter, ich hab Latex an, das macht's wieder weg Also, Jungs, die haben keinen Exhaust, die haben keinen Ja, die sind dumm, die sind Norweger Also jetzt musst du deinem Namen gerecht werden, Sula Wohne wieder ein Easy Game Letztes Game war ich Wohne wieder ein Also ich stell mir das Game wieder Das Game ist so Ich stell dir vor, schwarz-weiß Schwarz-Weiß Intro Übelste Hype-Musik Nö Ich komm aus Invis raus Klicke Rult Schendrück Fehlsterbe Kannst du mir da aufhinsen, glaube ich, ich kann's mir nicht vorstellen Oh Mann, oh Ich find auch diese sinnlose Rede irgendwie ein bisschen anstrengend Dann solltest du denn mit uns einfach nicht Okay, ich, 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 ich geh von Top nach Bot und Gang Botlay Okay, early Okay, ja, Botlaner, gut das Gang Bot ist auf jeden Fall Ja Okay, auch early, ne? Dass du die Wave halt so spielt Toplane kannst du ignorieren Mach mal was Sneakiges, oder? Mach das in Level 1 Außer, außer, außer ich battle um den Gang Bot Sind wir wahrscheinlich Wie sieht's Midlane aus? Ja, Skill Match Up, ne? Ja, Skill Match Up, ne? Aber so ein Early Level Surnt dann rein Nee, Skill Match Up, Johnny Du hast E auf 1, oder? Naja, wenn mein Jungler sage, fungst ne andere Lane Werd ich in Tokio 2, ne Ahri dazu pushen Das ist, äh Ist da drin? Soll ich rein? Ah, ne, bringt nichts, oder? Nee So ist die Kamele Support, also Okay, guter Chunk Gebt mir die Stacks für die Dings auf Boah, das sieht ja nicht gut aus gerade Du hättest mir, glaub ich Ich weiß nicht Wieso hat das nicht geklappt? Mit Lungswitschern bei mir Blue, du bist so ein schöner Team Wahrscheinlich, weil du ziemlich offensivere Mastery ist mit dem Thunder Lords hast, ne? Also Botnet hat auch nicht gepullt, ne? Der auch wahrscheinlich rappt das, oder? Der auch wahrscheinlich rappt das, oder? Hat der rappt das, oder hat Blue gestartet? Was sagen eure Dings? Äh, war Blue, Blue start Hab ich Rekshai, Runo Mastery? Also wir gehen grad hart reingepusht, Bot Nee Oder? Hoffe ich mal Nein, 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 nein Ich nehm den Low, jetzt spiel Minion Jo, ich nehm den Müsst ihr den auch? Ja Wenn Soda so viel reden würde, wie er beim Last Sitten redet weil da extra Minions zu verpassen, ne? Wir sind schon gut Low-Bot grad Zehn Sekunden, hab ich wieder einen Stunnen Also wir können entweder safe farmen Also ich könnte jetzt kommen Ja, da sind noch so viele Minions Ne, ich glaub das Die HP sind nicht das Problem, aber die Minions Oh, hier ist der Jungler Wir können, Bot kann nicht move forward Pass auf, Max, du bist super Low, ne? Jo, da ist der Jungler Oh, ich wurde rausgekickt, what the fuck? Mach Pause, mach Pause, mach Pause Er ist alles schon getötet Ne, ich kann auch Ne, ich hab nicht die Seed Ich bin rausgedingt Wir können wieder Aber ich stehe genau Ich kann halt rausflashen Die rausgetappt Ja, das würde ich nicht weglaufen lassen, oder? Nö, eigentlich nicht Ne, das wäre nicht so cool Wollt ihr ihn gehen lassen? Keine Ahnung, ich sag das Ich seh's ja nicht, was wäre denn Sache Wärst du safe tot jetzt grad, oder? Naja, ich kann halt wegflashen Ja, aber dann flasht er glaub ich einfach hinterher Er hat keinen Flash, er hat Ghost Aber dann stoppst du trotzdem, oder? Ja du, wenn du direkt nach rechts rennst, kannst du mich vielleicht retten Ja auch Oder einfach probieren einfach So wie als wir es jetzt Okay, äh Ja, ich mach jetzt einfach Go Ich probier einfach wegzubekommen Ne, ne, warte, lass die Go machen auf jeden Fall Hä? Das ist richtig freutig, wenn sie Das ist richtig freutig, wenn sie Ihr denkt da, wenn beide das schreiben, dann wird's instant in den Pause Okay Leute Mach dich ready zu flashen Spam den Button Er lässt mich laufen Er lässt mich laufen Oh yeah Hm Boah, das war so bitter, ey, holy shit Man, man hört ja in meiner Aufnahme dieses Tüdelüm Haha Da so ein Scheiß-Update kommt, ey Ich werd rausgeworfen, hab ich halt in Leben nicht dran gedacht Aus dem fucking Kleinen Ja Sondern halt an alles Ich dachte, hey, aus welchem Spell ist er denn rausgeworfen? Okay, ich komm ins Botlane, Jungs Jo, hier ist gewartet Hey, Ari kann Flash Oh, lol, was? Ja, ich wollte gehen Fuck, hier ist ne Krabbe Ah, ich glaub ich kann trotzdem hin rum gehen Glaub ich, hier ist gewartet gerade Okay, auf wen gehen wir? Auf Lulu, oder? Das, was ich anbiete, Lulu ist besser gerade Ja, okay Ja, dann, ich geh hin rum, ne? Dann, dann haben wir Bot-Side, ne? Top-Side, Top-Side Ich musste Flash'n, nice, geil Ich musste Flash'n Achso Ich kann noch kein Flash Was passiert? Er hat Ignite Äh, er Alter, was ist das? Alter, mach alle euer Maul Mann, ey Komm, jetzt Moby-Boots und ROM, bitte Äh, ich muss die Wave durchfuschen und base gehen Hinter dir Genau deswegen Das war keine Frage, bitte Oh, Leute, Charme war ja gigaboostet Das war ne, das war ne Aussage Nice Ey, Kerim ist ja nur im Gank'n jetzt Pass mal auf hier Ich hab so viel gegangt, Alter, ist das einfach Also ich hab jetzt noch ein Pink-Mod dabei Wir können die Lulo-Iteam nicht einfach weitergeben Boah, ich weiß nicht, ob du wirklich Ob das AP-Item gehen solltest, Max Ich glaub, wir haben genug Damage, oder? Nein, ich geh AP-Item rein Danach denke ich Okay, ich muss mit auf jeden Fall basen Also wie schon erwähnt, wir können auch die Lulo jetzt einfach noch ein, zweimal killen Wenn ich Snowball kriege Ja, 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 das machen wir auch Machen wir auch Du kannst Mitte gleich die XP nehmen, Max Okay Totlane ist nicht gefrüßt, ja Guck mal, ob ein Wort ist Ich nutze mal die Pflanze, ja Ist, äh, schön Giga-Boosted fand ich übrigens sehr schön Er ist doch nicht neu Ja, aber in der Situation von Kutschi Wird das seltener Boah, Max Die Tödelastet-Serie, mach mich stopp Ah Der kommt aber noch in den Space, ne Der kommt aber noch in den Space Ja Ich bin Midlaner jetzt, XP-mäßig behind Das heißt, in der nächsten Welt wird die Level 6 Ich bin ja ehemaliger Midlaner, daher kommt das Hm Okay, Leute, ich komm nochmal runter, ja Selbe Route Ich würde sagen, du bist ehemaliger Annie-Spieler Nein, Midlaner bei Butzfrauen, Junge Ist zwei Jahre her Annie-Spieler Nein, da hab ich alles mögliche Auch Viktor und Ari und Orianna Okay, go, 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 go Stand level 6, stand level 6, stand level 6, stand level 6, stand level 6 Ja, drauf, drauf, drauf Nice Wir machen das jetzt einfach, bis die Polen öffnen Ja, ja, ja Ich gucke alle 5 Minuten auf Twitter auf irgendjemand, was über Polen sagt Und wir ganken die weiter Wollen wir Dabble-Gang Mitte machen? Dabble-Gang Mitte? Bis sie die Türkei öffnen Ja, gerne Hat die Flash wieder? Nein, Flash hat die nicht, aber ult Oh, sie kommt weg Ich hab auch ulti-Mate gerade wieder Go, 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 drauf, drauf, drauf Ah, ich bin da jetzt Gut geforst Optimal Danke, Jungs Aktimal So, und ich komm wieder runter Ne Lass uns so leicht mal back gehen Habt ihr Akkaren gesehen? Ne Ne Kann überall kommen Kann auch mit lane jetzt sehr gut kommen, obwohl sie hat ulti raus Ja, ja Mit lane geht nicht so weit, wenn keiner ulti hat Also Musst du sich ne andere lane suchen Entweder Mitte oder Ich hab immer noch Flash, also ich kann Flash engagen mit Das ist ziemlich easy Ist das easy mit Flash? Ja Die Lulu hat dann in ungefähr 80 Sekunden wieder fällt Die Lulu hat dann in ungefähr 80 Sekunden wieder fällt Also Eingang kriegen wir auf jeden Fall noch durch Und dann können wir vielleicht noch den Tor ziehen Geht da was Johnny? Jo Bist du ready? Jo Die hat mich gesehen, die hat mich gesehen Ah, scheiße Ja, lass board gehen, lass board Und sie stand aufm Auf dem Ball Hier, go, 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 ne Max, Max Er will bursten halt komplett Den ist immer noch ge... Ja, let's go Guck mal, guck mal Ja Hat T-Came geultet? Ah ne, der war noch live Ich krieg den, ich krieg den Okay Lass den Tower nehmen Ah Komm wieder Mitte Ah, ich hab grad so'n doofen Push Das sind wir Bot-Fausen, oder? Bot-Fausen Ja, komm Bot Wenn die bleibt, können wir die doch was machen Oder wir können auch Drake machen Das ist nur Cloud Ich bin Tower-wichtiger Okay, ich kann sie rauskicken mit Ult Da ist Johnny Wenn Kucha da ist, wenn Kucha da ist Ich komm, ich komm, ich kann mal Ja, wir dürfen die einfach weg Kucha da ist, können wir die easy liven, ja Könnt ihr? Könnt ihr? Könnt ihr? Ja Oh, hier kriegen wir zu Oh, hier kriegen wir zu Nein, das tut ihm Ich komm nicht ran, ich komm nicht ran Ah fuck, ich hätt erstmal ein Stun machen sollen, schade Ja, ist deine Schuld Bin ich mal nett, ne? Kleiner Bastard Okay, ich muss die Buffs machen, dann komm ich wieder, ja Wir kriegen Mitte Level 5 Gefällt mir, dass Max da gerade so Spaß dran findet, Bots zu ganken Vielleicht passiert das dann Ja, das ist ja fantastisch Max bekommt Wookiee danach Nö Oh Okay Wookiee Finde ich übrigens cool, Johnny, die meine 100% Kill-Partizipation versaut Sorry Immer schlecht gestealt, da hat keiner was gesagt Gerade war ich ein Solo-Kill, alle reden über Bord, ist okay Hast ein Solo-Kill gemacht? Ich hab ja mitbekommen Ja Genauso wie er als Heakerin mich einfach anderthalb Minuten lang hier gankt und dann so Ach da war Heaker Ari hat keinen Flash? Wie ist denn das passiert? Ja Kleiner Blubber, Mann Und gefickt Max Hey, wir haben jetzt wieder Wir haben jetzt wieder Flash-Kill Im voll Er redet sich komplett raje Ich wurde gefickt Max Die Lulu hat wieder Flash Ähm, wenn wir jetzt einmal noch einen Kill kriegen, dann haben wir auf jeden Fall den Tört Der Pink-Watch steht immer noch Die haben doch schon zwei, Mann Wir müssen den Pink im Rubber flieren Drei Hörte auf die Lulu Äh, Pflanze ist auch ab, Max, die Knallpflanze Oh, lass ich's knallen, was? Ja, also ein Gang noch Bot dann Tower nehmen und dann können wir halt rüber um Dann bin ich auch, hab ich auch Blade, dann bin ich auch stark Shen, Shen bist gerade, ich bin gut grad fällig Die haben auch wieder Shen-Ult, ne? Die haben in Bots, äh, im Bots im Rubber, haben die, haben die Wir sollten auf jeden Fall Gangplank-Ult warten, bis wir hier unten was machen Also hier ist ein Pink, den müssen wir echt flieren, Max Ja, zwei Wo? Ja, machen wir Ich juggle, ich juggle grad schön durch Wie sagt ihr denn ein bisschen? Ja, ich komm, ich clear den einfach, dann sehen wir gleich Max nicht Ja Und willst du den Blue nehmen? Das wär's nicht Obwohl, dann wissen sie aber, dass ich da bin Ja, gut, okay, also man muss ja schon noch abstrichen Nee, 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 nee Ich bin auch relativ Ja, egal, ich smite ja Ja, komm, dann Oh, lol, soll ich kurz mit der irgendwie? Nee? Nee, alles gut Gut, dann go, komm her Oh, yeah Guck für Ultimate wieder Schenk hoch für Ultimate, okay Ja Ja, die Lame wird jetzt Gucken, ob sie die pushen Aber du kannst ja eigentlich jedes Mal interroppen, ne? Ja, die Lame, na, die Lame wird jetzt nicht ganz Okay, Jungs, ich nehm jetzt Grump und dann komm ich rum Ja, ja, die Lame muss dann ready sein Ich denk, Heka wird 100% unten sein, die werden Chen-Ult alles bauen Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Nicht schnell genug Ja, ja, wenn ihr jetzt was seht, macht's Ja, 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 wenn ihr jetzt was seht, macht's Also Schein-Ultimate guckt die ganze Zeit Okay Johnny könnt doch einfach schon runter rennen, weil hier geht so oder so gleich Action Ja, nee, dann Ja, pass mal auf, die Lame pusht jetzt rein, dann gehen wir einfach auf Cockma Ja, Cockma hat doch keinen Flash, oder? Meine Ult hat noch nicht, ne? Wann hast du Ult? Bisschen noch Okay Keine Minion und die Milis, denk ich Ne, ihr dürft nicht pushen dann Ne, ne, ich will nur 1-2 Minions Damit das nicht zu viele Minions sind, wenn wir Die Lame wird sowieso pushen, egal wie viele Minions jetzt nehmen Keine noch, dann hab ich's Die werden halt super passiv jetzt stehen Heka, Mitte Ich geh jetzt, ich geh jetzt Okay, wenn ihr jetzt Flashy macht, go, go, go Fein guck, fein guck Heka, hier, Heka, wahrscheinlich hier Ja, 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 ja Ja, 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 ja Schnell wird Ult ihn Schnell wird Ult ihn Schnell wird Ult Ja, die haben ziemlich kassiert Aber wir Warte, hab ich direkt Kanzeln irgendwie? Ne, ich kann nicht Kanzeln Ja, ja, da wird Ja, da hätten wir einfach mit Flashes und so weiter committen müssen Ja, das war, ich dachte ich Engage einfach, wenn sie pushen, dass ich dann einfach Ult schmeiß Ich will jetzt Bot rein pushen Boah, konnte ich halt echt nix mehr, ey Komplett weggepumpst Ne, ja, ja Spaßig Aber der Heka war auch echt schnell zur Stelle dann Habe ich keinen Ult mehr? Naja, die wollen Bot holen wollen Oh, Leute, ich hab die Lolo übel hatte bestimmt Echt? Ne Ich bin noch gleich wieder da, wenn ich aus Invers komme, können wir da reengagen Okay, mittlerweile muss nach der Base Nicht sterben, nicht sterben Guck mal Damage Leute Ohhhh Da können wir trotzdem was machen Ja, aber ich kann ein Flash Ich nimm die Knallpflanze, oder? Mhm, mhm, mhm Okay, ich hab den... Dann komm mal, dann komm mal Dann komm mal Dann komm mal Ich hab vier Sekunden Stand Keine Mana haben die beide Zwei Wenn ich... Oder? Gibt's nicht So close Auch noch tot Okay, wir können mit der First Bot Turret ziehen Ja, die King Bot Turret auf jeden Fall Okay, dann kommst du jetzt auf der Mittleren Fall? Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, die King Turret zuerst Ja, okay, aber mein Plan komm nicht Ich bin mittlerweile in 30 CSR, also ich bin... Absolut in der Lage Ich werde immer, ich muss mich jetzt hochfarben Ich bin jetzt nicht bereit jetzt Der wird wahrscheinlich Blade fertig, aber ich nicht Hm Das war jetzt eine Misere Ich mit meinem Base Alles Absolut Gangplank hat einen guten Farm Ich bin mit land far ahead Ja Wir haben gute Möglichkeit, den später zu holen Ähm, wir können topdiven Ich bin da mit Ult Hä? Diven schaffen wir nicht Drei Mann Ari ist jetzt miss Weiß ich nicht Ari geht hier Ari geht top Ari geht top Ari geht top Bottin wird auspopped, ne? Denkt daran Hey, Ari will mich engagen Why? Ist wir weg? Wir schaffen das nicht Oh, ja Oh, ja Der ultimator Das ist immer noch miss Gebot ist wieder da Was tun Ganz fertig Willst du mitzuprobieren? Ah, hier ist ein Wort Ah, shit Wir sagen sollen Hast du das eigentlich? Habe ich schon nicht dran gedacht Hikari mit topside Ja, deren Blue ist halt ab, ne? Ja, da ist... Da ist... Geht der Hikari auch hin Ja, Hikari ist jetzt im Blue Wie war es geworden? Ich bin halt ziemlich blind im Level gerade Ich muss jetzt ein bisschen hier bleiben Ja, wir können auf jeden Fall nicht weinen Ah, 50 Coins vom ersten Upgrader Ich finde der nimmt der Hikari den Blue Anscheinend Ja, hat er Ja, hat er Aber die machen Drake oder so, oder? Ne Ja, kannst doch Ey, der wollt wohl aufholen Ne, ne? 550 noch hab ich gerade Aber jetzt 40% schon... Ey, wir können trotzdem ja... Ja, wieder Ult ab Ey, wir können trotzdem Bot so weitermachen Ich meine nur wenn der... Ja, ja, ja Aber ich will auf jeden Fall jetzt einmal back for Blade Ja, okay Blue Buff is up, Jonny Jo, ich push die Wealth rein Kommen an Oh Fuck Fuck Lol Wenn der entgegen Pfff... Okay, Shen, Ali... Halt die Mitte, halt die Mitte Halt die Mitte, halt die Mitte Pfff... Kommen wir auch mit da? Ah, schade Hm Kauken wir hier, vorsichtig, vorsichtig Das ist zu schnell dafür Um da ordentlich zu treffen Was machen wir denn... Die können Blue machen Die können Blue machen Der Heker, der Heker, der Heker, der Heker, der Heker, der Heker Die sind da zu dritt, die sind da zu dritt Loll Dann der Twitch halt Scheiße, das nicht Oh mein Gott Das kann doch nicht sein Nee, das erforscht nicht Das Game ist doch schon wieder so ein Haufen Scheiße, Alter Ich dachte, wir committen da richtig hart Ja, aber die waren ja zu dritt, das wussten wir ja Ja, aber der Heker war auf 10% durch, ich hab die Kopf mal gestunt, so Wir hätten da richtig reinballern können wir nicht Womit denn? Wären wir nicht wirklich viel weniger Schaden gemacht, als wir konnten? Nee, ich war ne... Hast du dich durchgezogen? Weil... Ja, ich hab gewartet, bis der Heker seine Komma rausnimmt Also ich kam nur zum Q, weil ich halt Half-Life war Ja, ne, ich hab... Da hab ich's nicht gesehen Ich mach halt noch nicht so viel Dummies so Also mit einem Item ist Glockmara viel stärker, als ich mit einem Item Ja, chillen Wollen wir... Wollen wir Drake nehmen? Vielleicht was gekriegt Wollen wir guck mal... Das ist einfach lastig Du brauchst Leben Hey, Sepp Johnny, was sollten wir machen? Kann auch nicht Ich krieg die Fals nicht mit Ich weiß nicht, wie hängen das ist So, wenn ihr das... Wenn ihr das... Bisher hatten wir nicht wirklich Fals Ja gut, die beiden Die waren halt alle 3 auf 10% Bietet sich an Top zu ganken, Kevin? Vielleicht hätte ich echt ein bisschen früher sein Okay, bietet sich an Mitte was zu machen, Johnny? Die probieren so Aber die hat halt wahrscheinlich noch Flash Problem ist halt, dass die... Über den Ständer halt ne ganz gute Möglichkeit haben Ja gut, aber sie haben Gangkling geholt auch schon 30 Sekunden erzweir Ja Ja Matter of fact, der Skating halt... Not so bad TP-Bot TP-Bot Ja, die switchen, die switchen Ähm... Wollen wir zurück swappen? Dann das bitte in Turret nehmen, Max Okay, ja Ich hab auch Ult Ja Die Basen kommt top Ja Will den Diven, Johnny? Ja Ja Oh nein Oh nein Oh Scheiße Ich wollte ihn an die Wand kicken Safe, ist er safe? Naja Klingt auch die Tollste nehmen Der Spot Oh lol Das kommt Wollen wir deinen Drachen machen oder so? Wir können zu zweit machen Okay Ich glaub wir sollten nicht um ehrlich sein Weil wir hinten liegen Der hat jetzt halt Ruhe, Hans Der kommt mal ziemlich starken Power-Spike Ja Ich fände gerade miss Er ist 1.000 Gold ahead Noch mehr Schade, ey Es ging so gut am Anfang Ja, Mitte fällt Aber zweiten dann bitte Diffen Ja, ja Kriegen wir niemals Okay, Kevin Die kommt zu dir Hekarin war da gerade Jetzt ist da Guck mal Die waren für Trade-Game Wollen wir den contesten? Muss ich jetzt um Ich glaub nicht Also ist eh schon zu spät Guck ich auch Vielleicht können wir die ein bisschen ärgern Aber Aria hat keiner Ult Ja 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 Ist halt Ist halt auch ganz gut den Farben aufgeholt Den ich gerade behind war Ich glaube den Drag jetzt dir aufzugeben war okay Jo Ja Exor wieder her Okay, das ist gut für uns Wissen wir wo wir Ekrem ist? Ja, wir ist miss Keine Ahnung Wir haben keine Ahnung wo die sind Bo, irgendwo mit dem XP glaube ich eigentlich Ich bin Level 7 Oh ja Krass Ich hab ein fighted bot, ich weiß nicht, ob du da hinkommst, Coacher. Ja, du bist unterwegs. Du, was machen wir, wenn ich dann Engage finde? Vielleicht nicht. Ich bin auch immer Raybot. Oh, hier wurde gerade gewartet bei mir. Wir haben einen berechten Bauch aber gar nicht. Boah, ist ja auch ein Ward. Na, stattdessen auch ohne mich. Oder? Okay, danke. Bin da. Und ein Freakill-Twitch. Ja, Freakill. Hier, hier, hier. Oh, Loi. Ne, hier bist du nicht. Was ist mit der Death'n? Ich glaube nicht. Ne, ich traite Bot-Turt. Wir können das Death'n, wir können das Death'n. Mit mir, ich bin halt nicht wirklich useful, aber... Ja, ist mir egal. Ist okay. Ich meine, ich stehe halt da und mache nichts, aber wenn ihr das mit mir Death'n könnt, ohne mich nicht... Du machst das, du bist der E-Bist, du kannst mir die Death'n angreifen. Ja, aber das war ja meine Frage, ob ich gerade nebenbei pushen kann. Jetzt Spot hätte ich safe gekriegt, den Death'n. Lass uns hier einfach jetzt die Scheiße Death'n. Ich hab Ultimae, wenn ich ab bin. Ja, gegen... Guck mal, die Midis nicht angreifen, weil er mich dann einfach damaged. Ja. Engaged. Okay. Ja. Ich kann mir auch Redemption holen für später. Ne. Oder Locked. Du brauchst unbedingt irgendwie HP, du hast halt Armor, aber das backstest nicht ab. Ja, ja, das kauf hier. Also ich könnte jetzt daraus zum Beispiel... Also ich wollte jetzt Death'n. Genau, Death'n. Der macht mich komplett kaputt. Wobei, ich glaub unter den Turm, wir können ja nicht farmen. Wir haben halt so viel Magic-Damage. Ich weiß gar nicht, ob so Armor oder so... Naja. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht was... Guck mal, Karim schon. Ja, mit dem Item mitmach, guck mal gar nicht so wenig physische Damage. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich kann zu dir kommen, Karim. Vielleicht können wir die beiden. Oh, wenn du auf vier weiter pusht. Oh, das sieht nicht so aus, ne? Kurz fagig. Wollen wir zu dritt einfach Botley machen? Warte, 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 ich brauche Hilfe. Ja. Oh, nett. Ah, er hat schon fucking... Das ist witzig auf jeden Fall. Wir haben denen meine Vision bei Nash geklebt. Er wird auf dich gehen wollen. Wann lass die Nash gehen, ne? Was hängt? Jo, sieht so aus. Ja, die gehen, die gehen, die gehen. Du hast ult, ne? Ja. Okay. Kommst du von oben? Oder spiel ich das alleine? Ja, schön, schön, schön. Die können das nicht so lange tanken, ne? Die können das nicht so lange tanken nehmen. Du hast ult, ne? Jawoll. Ja, die brechen ab, brechen ab. Okay, nice. Haben wir einen Free Kill für nichts bekommen. Okay. Good job, good job. Jungs. Ah, ich gebe jetzt langsam ein bisschen Feet. Das ist nice. Posher jetzt wieder Bot. Vielleicht kriegen wir dann den Turret. Meine Gangplink scale, ich scale. Jop. Mori scale. Was hier noch geworden? Also ich glaube nicht, dass unser Late Game so viel schlechter ist. Weil wir kamen halt echt viel, um den Kogmar klein zu halten. Kragen fahren, unser Late Game ist auf jeden Fall besser. Wir müssen halt einfach den Kogmar kriegen, das ist alles, was zählt dann. Alles, was zählt. Wenn alle Strecke reißen, können wir den auch einfach mit Kragers Hood wegkicken. Das habe ich. Das stimmt. Oder wird so, wenn wir es nicht packen kriegen, den zu catchen, schmeißt den bis nach Jerusalem. Weil wenn sein Weh auch cool dann ist, dann ist er halt nicht ansatzweise useful. Und mit dem Fass ist das schon so. 2,30. Achtung, Bot Lane. Das war schön. Das war schön. Das Gefühl kenn ich's. Mhhh. Das machen die die ganze Zeit. Mhhh. Mhhh. Was denn? Brainded. Lecker. Hast du uns Creeper? Ja. Komm mal an. Wissen was die hier wissen. Channeled raus. Hesse Nold raus. Hegerim da. Die kriegen dafür nichts. Arich, top lane. Ich glaube der hat auch geghostet. Ich bin mir nicht mehr vorsichtig. Ne, wir haben 3 Minuten Delay. Mhhh. 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 Willst du Relic pocken? Ja. Wird er guten damage gemacht gerade. Lockt der das komplett, wenn er sein Feld aufhört? Jetzt guck mal an Lulu. Die oben ist immer noch Arbel. Aber ich glaube ich kann das ganz gut halten. Boah. Kann auch top. Wenn die Wetter push kann ich top kommen, wir können die ja nicht hatchen. Okay. Du würdest, na vielleicht sogar mit es sneaken. Warte mal, warte mal. Du hast Flash eh, ne? Guck mal wegen Flash eh. Bist du fein Johnny? Ich geh auch hoch. Ja ich bin fein, wenn er mir sagst du. Ich glaub die hat dich gesehen. Ja ich glaub auch. Oh leuleuleuleule. Guck mal, guck mal. Oh tp kommt hier. TP kommt hier. Raus raus raus. Bin dabei. Nullu kann Flash. Ari, Ari. Oh kack der hat nur einen Hit gemacht. Oh. Guck mal guck mal guck mal. Oh shit. Oh Alter was macht Kevin für ein Damage. Ja die standen halt voll in der Gameplay Gold. Ja aber auf die einzelnen Hits ey. Ach du, das war ein Crits. 3 für 3 ist okay denk ich. Äh war zwei Crits. Der Hack Room 1 schottet mich einfach. Ja der hat dir insane viel Schaden gemacht. War so süß. Ja das ist ein guter Fight gewesen. Ja das war okay. War 3 für 3. Nee mehr. Schliets. Ey Drache? Drache? Ja ich hab halt irgendwie gedacht, dass ihr genau hinter mir seid. Oder noch weiter reagiert. Ich hab halt die ARG Scam bekommen. Vielleicht müsste bald wieder Ultimator-Bahn pass auf. Ja. Ja ich hab's. Ein Drache wäre jetzt ab. Kann sein das er den soloen will. Ja ja. Ich kann mal direkt für ein... Oh da ist ja ein Bluetooth. Ja. Okay. Also, Drake machen wir nicht, ja? Ich kann den Recorder nicht. Ich kann auch. Du musst in Richtung Drake, ich kann den Wettzerland. Also, rushen wir den? Oder warten wir auf die? Ne, wir rushen auf gar keinen Fall. Der Cockmark geht jetzt Richtung Rageblade. Der ist jetzt also für 3600 Gold relativ weak, zumindest was sein Gold angeht. Wenn er es fertig hat, kriegt er einen Sane Power. Er wollte gerade Backfall. Der baut keinen Wettzerland. Den finde ich ja völlig aus dem Leben. Hier Shen, hier Shen. Ja, ich komm. Ja, das ist noch eine andere. Botlin slow boost auch, Botlin slow boost auch. Titel raus, Titel raus. Hier sind Backgeported. Aris top, Aris top. Lass dann die Botlin mitnehmen auf jeden Fall. Na, ich muss dann mit zur Def. Ja, ja, ja. Wir sehen uns Jungs. Wir sehen uns Jungs. Ja, lass hier einfach. Ne, weg, weg, weg. Ja, wir haben Drake. Es steht 3 zu 10. Ja, ich kriege halt auch guten Farms. Also, Aris hat hier jetzt die Farm defizit wieder aufgeholt, aber er hat ja noch mehr XP. Das war das Farms. 200 glaube ich Locked. Wenn sein ist der Shenmung getrappt. Hier ist Hecarim. Das wär was Neues. Hecarim ist hier. Pass auf, pass auf. Ich muss mal es euch. Ich muss euch. Ich muss euch. Ich muss euch. Was hat der Team bei dem? Was hat der Team bei dem? Ihr dürft mir nicht zu viel nehmen. Zola macht das unten auch schon. Du bist komplett fein. Zola wird 13. Trotzdem. Ich hab keinen. Ich hab keinen. Ich hab keinen. Ich hab keinen. Dann komm ich. Ich bin aber noch weit weg. Ich bin noch weit weg. Die machen jetzt ziemlich schnell. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich bin nicht lang genug am Leben geblieben. Und ich guck mal. Achtung. Baron Baron Baron. So lang. Oh shit. Den kannst du aber noch machen. Äh. Macht Iblia. Ne. Oh. Schade. Ich musste da rein. Damit die nicht mehr den Barrel machen. Weil mein Zweite nicht rechtzeitig genug abgewiesen wäre. Warte. Du hattest sieben Sekunden ne. Ihr hättet viel mehr reden müssen. Weil ihr. Es war auch 1100. Wenn ihr beide dann Smite mit Ulti Shockwave und sowas macht. Aber magst du schon tun? Ne. Davor. Max hat ja relativ lang überlebt. Ja ne. Da war bei 2-3. Aber ich war auch lang CC dann. Das war 1-1-4. Das ist ein shit. Ne. 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 Ich muss ja auch noch den Gentron flashen oder sowas. Bei 1-4 bin ich glaub ich gestorben sogar. Äh... Ich bin so bei 2-4 rein. Ach so- Jaaah, ach- Ja die können nicht so viel mit dem ISIS machenentlich. aber... Sola ist halt ganz gut dabei, also... Ja, hätt ich da grad Flash gehabt, hätt ich GGS. Ja. Schau, was leider geht jetzt. Rotten ist wieder Huge Rage, nehm ich nochmal an. Der hat ja den Rageblade fertig, also der macht nochmal deutlich mehr Schaden jetzt. Ich kann wirklich mal versuchen, ihn einfach zu kicken. Na ja, guck mal, so im Team hat halt nicht mal so ein großes Problem. Nö, wir dürfen halt nicht zu viel kommen mitnehmen. Naja, ich erstand da nicht gut, aber... Hacker im Spot. Hier ist Lulia. Hier ist Alia. Hier ist Alia. Bingo. Ich muss Mütte die Wave annehmen. Vier Bot, vier Bot, die wollen die V-Bot, die will ich nicht annehmen. Mütte, könnt ihr das treffen, oder wollt ihr's fallen lassen? Hm, ich kann das ulten, naja, wo bleibt ihr mit Baron? Ich kann das nicht ulten. Ja. Ich weiß nicht, wenn die's forcen, würde ich's fast schon fallen lassen. Komm. Ich bin also auf jeden Fall in Time da, aber... Nö, wir können's mal. Okay, ich kann's mit Ari, wir können's trotzdem nicht treffen. Pass auf, die können, ja. Ari, keiner hol's? Oh. Stopp. Ah, bitte, bitte, bitte. Ah, ich musste kurz wegen Ari holen. Ja, jetzt nicht alle. Die sind immer noch drei. Da? Kommt ihr wieder her? Ich lass gerne engage gucken. Oh, kann ich machen, wenn du willst. Nicht du, nicht du, nicht du. Bottom. Ja. Sehr top. Guck mal, Martin, gar nicht vieler wie ich letztens. Der Cap hat auch schon harte Totspies. Drei, drei, drei. Drei Bottom, äh, Ori Mitte und ich top. Okay, wir machen hier jetzt einfach Mauer. Ich hier hochziehen, Alter, wie, wie Gondor. Äh, Hecatsi top, Hecatsi top. Oder Helmsklamm. Drei Bots. Bot, Bot, Bot. Könnt ihr vielleicht sogar was machen, ne, meine Ult? Ich kann hier ziemlich reingucken. Jetzt! Okay, oben fällt, dann geh ich unten für den Fight. Oh, ist gut. Ja, ey, ey. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Chen, 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 Chen. Vielleicht dann für ihn. Oh nein, der hat schon wiederholt. Oh mein Gott. Das ist ja so unwitzig, Alter. Das ist das Game, ne? Ja. Oh, wir haben Gangpläne. Und, die sind relativ low. Macht ein bisschen Schaden. Wir kriegen halt eine innen. Das hat richtig viel Spaß gehabt. Aber, passt noch. Passt noch. Hör so an, Lucky, dass die Arida wiederholt hat. Man, Lucky, das kommt mir da überlegt. Das Ding ist, wär ich da vom Kogma gewichen und mit auf Shen, dann hätte der uns einfach rasiert. Der Kogma. Ja, aber ich kann dann halt nicht mehr auf den Kogma gehen, oder? Ja. 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 Ich hab grad noch keinen, das ist vielleicht. Mit dem Item-Bild wird der auf jeden Fall, mit dem Item-Bild cappt der auf jeden Fall harte Textbild. Das heißt, Late-Game-Out-Scale stehen. Okay. Wie machen wir das mit dem Infernal? Ja, müssen wir abgeben, können wir nicht. Und gucken, ob wir einen Duster für kriegen, ja? Ja, 16 auch gerne, aber wohl, vielleicht. Hier, ist hier, ist hier, Kering. Wann? Ja, Wann? Wir brauchen mehr Vision Bones irgendwie. Ja, das war ja klar, so heute von mir. So, wie machen wir die noch, Evan? Genau. Topman ist ne Dicke Wave. Shen ist schon Level 18, oh shit. Warte noch kurz davor. Oh, ich bin ganz schön underleveled, ey. Ich kann halt nicht in den Jungle gehen. Gehst du gegen Shen top, oder? Ja, ich geh, geh, geh. Okay, 150 Sekunden hab ich was wissbar. Ja, das wird's enter, guck mal. Geht jetzt noch auf ein Def-Item. Lulu kommt top, Lulu kommt top. Okay, nevermind. Haben wir jetzt in Fernland. Braucht ihr mich mit? Die kommen bitte, die kommen bitte. Ja, okay. Ich hab hier unten halt ne richtig fette Wave. Ich bin 5 Sekunden ab. Ja. Boah. Shen ist slow. Dann jetzt ab. Komma. Ich kann versuchen, den Cock mal auszukicken, wenn ich das schaffe. So, wir müssen jetzt mal unsere Base-Verteiligen. Ja. Boah, die werden eh rauspacken jetzt. Oh mein Gott. Guck mal, den Retard jetzt nen Weg oder ist. Der Shen ist Base gegangen. Achtung, ich... Ja. Kick der nicht raus. Nicht schön. Wir reinnehmen, wenn ich versuche reinzuballern. Oh, was? Oh, ich wollte ihn. Oh Gott. Ich hab keine Ult. Oh Gott, ey. Ich hab keine Ult. Oh, ich hab mich mal schockt. Immer noch mal. Oh, Alter. Da geh ich richtig Schiss, man. Ich hab die ganze Zeit den Finger auf der Ult. Hab der Bock? Wer da? Ja, ich hab bald. Alter, ich werd wieder rausgekickt. Was ist das denn? Kein Lockett und kein, äh, Redemption. Hier wird ein K-Lotter, aber nix. Warte, jemand ist ein Ward hier? Äh, Swipen? Müssten wir grad geslippt haben. Jetzt kommt Sparrel, Alter. Oh, schade. Auf. Wo ist Nelka? Jen pusht jetzt wieder Bot-Land, ne? Ja, ich geh, ich geh. Aber ich brauch mir eigentlich zum Defenden. Oh, ich brauch mir eigentlich zum Defenden. Oh, ich brauch mir eigentlich zum Defenden. Ja, wir können da stallen, eigentlich. Wir müssen da jetzt, ja. Wir dürfen tollen, nicht droppen. Wir müssen da jetzt schon rein, eigentlich, ne? Jo. Ja? Wir fahrten da oben. Fabi, kopp mal. Oh mein Gott. Kopp mal, kopp mal, kopp mal. Ich hab, ich hab Barrow getroppen, Dicke. Ich bin die ganze Zeit, der Schöpter. Oh, Mann, das war so ein Schutter-Engage, eigentlich schade. Hätte ich da, oh shit, hätte ich was gewonnen. Sobald ich eine halbe Sekunde, nachdem ich sichtbar bin, sind einfach Shen und Hacker sofort in meinem Face, Alter. Also, hätt ich da Ult gehabt, hätten wir es einfach gewonnen. GG. Ich weiß nicht, du, Kopp mal scheint auf jeden Fall unser Antfeind zu sein. Ja, wir sind halt nicht diszipliniert. Also, wir sind eigentlich koordiniert, um gegen Kopp mal zu spinnen, Imo. Aber ich finde auch nicht, dass der Kopp mal das Game gecarriert hat, muss ich sagen. Also, überhaupt nicht. Naja. Wir mussten halt nur so viel investieren, dass die anderen das carrying konnten, sozusagen. GG. 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 Oh, Leute, mein Game hat sich durch aufgegangen. Ja, das war weiteres Match. Und jetzt kommt noch ein drittes. Ciao. 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 Ciao.